Als Heimwerker oder handwerklich kreativer ist eine leistungsfähige Bandsäge ein wahres Allround-Talent in der Werkstatt. Sie ermöglicht präzise Kurven und Formarbeiten in Holz, die mit einer normalen Kreissäge einfach nicht machbar wären. Heute stellen wir Ihnen ein Modell vor, das diesen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht wird. Die Paulimod MJ14 Holzbandsäge. Mit ihrer großzügigen Abmessung, Motorstärke und durchdachten Ausstattung ist sie der ideale Begleiter für Ihre Projekte. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre beeindruckenden Fähigkeiten näher unter die Lupe nehmen. Schon beim Auspacken wird klar. Die MJ14 ist keine lieblose Billigbandsäge, sondern eine echte Arbeitstugmaschine. Mit über 90 kg Gewicht steht sie extrem stabil und solide auf dem Boden. Der massive Graugustisch mit den großzügigen Maßen 545 x 515 mm ist ein Traum zum Bearbeiten. Er lässt sich stufenlos bis zu 45 Grad nach rechts schwenken, für präzise Kurven und organische Schnitte. Auch die Details wie die ergonomisch geformten Griffe, das Sichtfenster zur Bandspannung und die leichtgängigen Blechgehäuse-Türen zeugen von sehr durchdachter Konstruktion. Das Herzstück der MJ14 ist der enorm leistungsstarke 1100 Watt Induktionsmotor. Er bietet mehr als genug Power, um selbst hartes Hartholz wie Buche oder Eiche mühelos zu durchsägen. Die Durchlassmaße von 340 x 225 mm sind für eine Heimwerkersäge beeindruckend. Dank der stufenlosen Höhenverstellung der Sägebandführung und den leicht justierbaren kugelgelagerten Führungslagern gelingt die präzise Einstellung blitzschnell. So erwischen sie garantiert perfekte, gerade Schnittkanten, egal ob bei 6 oder 25 mm Bandbreite. Die beiden Vorschubgeschwindigkeiten von 370 und 800 m pro Minute machen die MJ14 extrem flexibel in der Materialbearbeitung. Aber die MJ14 bietet noch jede Menge praktischer Details, die den Arbeitsalltag in der Werkstatt erleichtern. Die integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für optimale Ausleuchtung, die herausnehmbare Späner-Aufangschublade und der großzügige Absauganschluss für 50-100 mm Schläuche halten den Arbeitsplatz sauber. Werkstücke können dank des mitgelieferten Winkel- und Parallelanschlag sehr genau positioniert werden, der Kreisschneider erlaubt sogar Rundschnitte bis 305 mm Durchmesser. Und nicht zuletzt ist auch die Sicherheit bestens gewährleistet. Sämtliche beweglichen Teile sind abgedeckt, ein Trichterschutz am oberen Banddurchlauf und der Werkstückschieber sorgen für einen rundum geschützten Arbeitsablauf. Mit der Paulimod MJ14 Holzbandsäge erhalten sie eine echte Profimaschine für ihre Werkstatt. Ihre massive Bauweise, leistungsstarke Antriebstechnik und präzise Bandführung meistern sämtliche Aufgaben vom weichen Fichtenbrät bis hin zum harten Eichenholz spielend. Die vielen cleveren Details wie LED-Beleuchtung, Absaugung und bequeme Bedienung machen die Arbeit dabei zu einem wahren Vergnügen. Zusammen mit dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist die MJ14 unsere uneingeschränkte Kaufempfehlung für jeden ambitionierten Heimwerker oder kleine Tischlerei. Machen Sie Ihre Werkstatt fit für präzise Bandsägearbeiten mit der Paulimod MJ14. Machen Sie Ihre Werkstatt-Leistungs-Verhältnis.